prof hat die ebene eingegeben hat und ich habe mein haus fast fertig das kann ich dir machen ich hab sechs wollen dann noch mal kannst du auch selbst machen wenn ich die sechs von abgeben du nervst ich habe nicht genügend holz ich gebe die wolne ab so hier ja hier habe ich eigentlich schaden bekommen hier ist der dienst nicht warum sondern wann hatte eine das stört kannst du ja auch aus dem inventar rausziehen das weißt du oder hier so das sind drei oder ja macht ihr einen witz ich habe mir sogar ein gelbes bett gemacht ich trage rote kleidung damit man nicht sieht wenn ich blute der typ da trägt braune hosen er hat es ist ja ich möchte anmerken ich bin gerade ins loch gefallen ach ja das ist echt irgendwann mal den zwei es gibt armbrüste es gibt armbrüste der zweite ist besser ich finde beide nicht gut geschmackssache so bett dafür brauche ich erst mal ok und drauf ja ich habe ja was für dich ist es wolle nein die evolutionsstufe danach stellst du auf und schlaf darin ich habe lachs gefunden jetzt kannst du endlich puttern was juhu es wird nacht wir sollten schlafen gehen vielleicht ich habe das advancement cat dreams erreicht ich bin im bett im bett top point set sehr schön ich bräuchte kohle wo bearbeite ich denn wo mache ich denn das noch mal die spracheneinstellungen unter options language ich habe ja erklang ich habe ja ich habe ja erklang geschmackt ich habe ja erklang für kribbel 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 manifest äh kribbel wahrscheinlich oder lingo ach ja ja lingo ich habe keine ahnung gehabt mit der sprache du drin hattest Piratisch hatte ich drin und auf Chinesisch gestellt. Kannst du endlich den Scheiß auf Sächsisch stellen? Deutsch. Ich wollte gerade auf Deutsch stellen, aber Sächsisch. Steht unter S logischerweise. Ja, ich gucke gerade, ich bin gerade bei PS, Slowenisch. Sächsisch. Sächsisch. Ladebildschirm. Ressourcen-Bagete. Schicken Anpassung. Sprache. Schicken Anpassung. Grafikeinstellung. Musik und Geräusche. Musik und Geräusche. Musik und Geräusche, ist nicht gut. Steuerung. Zurück zum Spiel. Schwen Grunst. Schitt hinsch dir doch. Fertisch. Oh, Fertisch ist auch gut. Fertisch. Ich bin jetzt auf Fränkisch. Fertisch. 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 Finde ich gut. Gex? Also ich habe beim Inverteilen… 11 Gex. Mohn. Appel. Gola. Gola. Ich möchte kurz anmerken, lustigerweise läuft das Spiel bei mir auf Fränkisch. Stehenachs. Lustiger. Ich hab Stehenachs. Ich hab ne Stehenachs. Ich hab ne Stehenschippe. Ich hab ne Stehenschippe. Ich hab ne Schnappickel. Rohes Rindfleisch. Kulzhaue. Kulzbade. Geil. Eichnulzboot. Eichnulzboot. Eichnulztiere. Ich hab ne Eichnulztiere. Wo ist da mein Fleisch? Eichnstamm. Eichn... 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 Ach. Eichnstamm. Das ist gut. Eichnstamm. Viel zu schön. Eichnstamm finde ich gut. Stock. Stock. Finde ich gut. Ich hab Fleisch. Oh, Plattdeutsch. Plattdeutsch. Großschweinsfleisch. Und was steht da drin diesmal vor? Großsammelfleisch. Großsammelfleisch. Rischnanspiel. Was? Stehenspitzeck. Dieses Spiel. Find ich gut. Wir haben wirklich sehr viel Spaß mit diesen fucking Sprachen. Ja. Die sind aber auch gut. So, ich hol mir ein bisschen ein Gohle. Ich hab mal eine Holztür, um mir ein Schwein zu brachen. Ein Schwein, meinst du? Ja. Ja, ja. Sicherheit gegen Essen. Ich hab da oben zwei Türen drin. Das klingt sicher. Gut, ich hab hier... Ich hab die Werte sehr große Löcher in den Wänden, aber... Oh, Mann. Schneller Fluchtweg. Was heißt denn ich dort? Erdo. Bei mir ist es Dreck. Mir ist es Erdo. Also mit Ä. Erdo. Mal gucken. Was heißt bei mir auf Plattdeutsch? Er. Eckensetter. Brückstein. Eine Fackel. Eine Fackel. Eine Fackel ist auch gut. Fackel. Appel. Achtung, Zombie. Stehen, Pickel. Stehen, Schöffel. E.H. Ja. Ein Zombie greift mich an. Kann ich leider nicht sehen, was das war. Irgendjahr hab ich schon Bock, mal ein paar... Ein bisschen Gohle. Ich nicht. Ich glaube, ihr meint hier die Kohle. Eischenstamm. Viel Spaß. Eischenstamm finde ich immer noch gut. Also Eichenholz ist bei mir Eischenstamm. Ich habe übrigens hier eine Mine angefangen irgendwo. Okay. Also hier. Und ich habe auch schon Eisen, also. Effektivität ist so eine Art von Garten. Wo ist da Eisen her? Ja. Aus der Mine. Und wo hast du die Mine her? Die Mine habe ich da unten gebaut. Da wo die zwei Fackeln nebeneinander sind. Au. Au. Ich bin ganz tief weit runtergefallen. Du bist als Hinsloch umgefallen. Schwupp weg war er. Damals habe ich den Schaden her. Kommt alles zusammen. Wenn ich hier unten sterbe, dann bin ich am Arsch. Ich wollte da oben wieder. Aber dann liegt mein Zeug hier unten. Ja, da musst du halt neues Zeug machen. Du hast noch kein Zeug. Doch, ich habe schon Zeug. Du hast kein wichtiges Zeug. Du hast Kram. Mehr nicht. Ich habe Bruch stehen. Ich habe jetzt diverse Mengen an Kohl. aufzunehmen. Oh, was hier regnet. Das Beste. Ich habe habe anfangen. Ich habe es increase in theенные aufbauen. Dumpen rein. Kram. Dumpen rein. Ich bin ein Zeug. Baby. Ein Zeug. Ein Zeug. Ein Zeug. Ein Zeug. Eine Persemer. mein krams modi gibt mein krams wieder er kommt schön in die kiste ich hatte schon steinschwert und ich hätte es ist wo die vertreten hier ich sage ich aber nicht ich will das nicht normal machen ich kann schon wieder dieses scheiß doch eingefallen ich habe gern ich habe kein zwölf zum rauskommen ich komme hier nicht mehr aus gerade so noch nicht zurück ein boot vor allem das boot das wichtigste hier auf dem festland hier ist noch was von dem wo was wie ich habe dich mit dem ei beworfen okay habe ich nicht mitbekommen natürlich nicht durchgegangen bin so jetzt wechseln und was was macht man natürlich mit eisen am ehesten angst nö quatsch weiß auch extra ich brauche ganz dringend wo ist das denn wo ist das ist das mal heißen holen gehen ja okay jetzt ganz tief runter ich habe kein verkehr mit das allerwichtigste der welt aus eisen nicht so mann für den war zwei verkünden seit mir neue kraften wurde jetzt keine kohle übrig gelassen nach ich habe endlich das wichtigste überhaupt laternen natürlich sind laternen am stil und natürlich noch eine laterne in die schild hat okay so dann habe ich noch fünf eisen und das reicht für schuhe na wobei ich glaube ein eimer ist wichtiger was kann ich mir eigentlich aus kürbis machen ein kürbiskuchen wo ich aber zucker und eifel sogar ich habe ich noch so ein sprach hier zur auswahl sprachen sie noch etwas wichtig so natürlich ich habe eine schere kalter kaffee so schere packe ich rein den eimer den brauche ich dann kann ich mir gleich ein feld anlegen vor der tür ich habe ein steak steak anglisch das ist ein anglisch 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 dachte ich die englische und die sachsen die angelnden sachsen ja das ist gar nicht mal ein witz so war das früher die anderen und die sachsen haben sich zusammengeschlossen und dann sind die angesagten aus entstanden und dann haben die geagelt und dann sind die engländer daraus entstanden die briten sind daraus ja also im grunde bist du sagen alle engländer sind eigentlich sachsen ne angel sachsen so jetzt steht das ganze ding auf bayerisch ich habe immer noch fränkisch drin und ich sechstisch perfekt sehr schön perfekt rebalanced ja in wenn da so ich habe jetzt ich habe sehr viel dreck ich habe eine ganze kiste voll dreck ich habe eine ganze kiste voll dreck ich habe eine kiste voll dreck und rat mal was da drin ist ich wollte gerade fragen hast du keine flasche mehr gehabt oder was ich habe erde ich habe ein glas soll dreck bei mir heißt es erde ich habe den schon viel zu lange nicht mehr gesehen ich auch nicht noch den zweiten immer am meisten kommen in laterne so hier ist auch genug platz für ein gutes feld das hier noch ein bisschen ausbau hier es dauert mir zu lange was ein feld zu machen die laterne abzubauen ich weiß das aber ich denke auch dies war super langsam abbauen das war aber nix ich habe es zuerst toll ich habe ich übrigens eigentlich nur gemacht damit ich die miene gut markieren kann bis wir eine eisentür drin haben ja so bei nichts von wo haben wir denn die steinwände das ist die juridwand ach so ging das okay so ich habe ich schon jetzt eigentlich bände jetzt ja dann habe ich nicht gedacht was was wieder dinge kaputt gemacht in gewisser weise ja es ist aber ich kann mir neue machen schon passiert so eine farbe aufstellen so konnte man nicht noch ein tor machen irgendwie um ich höre schon wieder zum ließ wenn wir mal schlafen gehen oder was ich bin mir gerade den zombie ich liege im bett oh dann komme ich doch glatt zu dir baby bloß nicht ja bei mir auch hast du auch sechstisch eingestellt ne wie gesagt ich habe frengeschaut sind sich wohl verwandt sind nicht so weit monsterjäger gemacht modif hatten fortschritt monsterjäger gemacht wir sind irgendwie auf englisch noch interessant ja oder es sich wenn ich das ausspricht klingt das immer normal aber das was ich freue mich woher kommt das und der rest am spielzeug den ich brauche um einen neuen server zu bauen dienstag kommt bei mir auch ein new bookman snap endlich an dann kann ich das mal als netz play spielen ja eigentlich schon mal diese sehr selten chinesischen kleidungssachen bestellt warum sollte ich aber warum zu gucken wie die qualität ist ich schon ich möchte ich erspende mein geld lieber für kleine elektronische bauteile von wish dann ist wie gesagt ich habe mir ein so ein ding bestellt weil ich finde es lustig sowas dummes im video zu tragen ich bin überrascht weil das zeug ist echt so bequem ist ja dein problem ich meine wahrscheinlich habe ich jetzt 50 verschiedene krebsarten auf der haut aber was ist wert was passiert denn da beim prof keine hage gähnt sie stelle fest hier ist nichts ich kann mich runter und kann mich runter und das nischt schön ich bin am feld anlegen ich habe keine kohle kohle für mich kannst du im zweifel holzkohle machen da hinten steht ein skelett hat jemand kohle für mich sei höflich die jugend heutzutage gibt es bei dir in der mine noch kohle nö offensichtlich nicht aber ich brauche jetzt erstmal samen hat jemand von euch samen für mich ich dachte du fragst nie ich habe eine blaue und ich habe ich habe fünf eine bloße die kiste hast du kohle für mich ich habe einen der reicht mir na dann prof moni kann hier mit kohle geben ja moment ich pflanze kurz an und dann bin ich schon da oh ein zombie ist gerade von mir krepiert so wie viel kohle habe ich denn noch ich habe 48 wie viel willst du äh ich brauche nur ein paar Fackeln also okay 20 einmal alles okay der tue ich noch einen Shader ich brauche in der mitte keinen äh keine Fackeln mehr ja ich schon oh hier die Gläder der Lederlocken das ist Fleisch das ist sehr das ist sehr altes okay yes oh da bin ich auch schon mal gelaufen das ist zombie Fleisch ja das wird halt keiner oh ich kann ein genägerchen heißt das bei mir Lagerfeuer Lagerfeuer das ist ein Lagerfeuer wie geht doch mal Lagerfeuer keine Ahnung du hast doch Rezepte wenn du auf das grüne Buch klickst hast du Rezepte ich brauche ein Fafting Tail weil ich sonst die Dinger nicht sehen kann mhm 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 s Everyk wollte ich mir das mitnehmen das haus bauen aus spaß aber nicht mehr so schlau seit ich in creative wirst die die decke der die stroh decke des hauses abgebrannt haben weil ich eine fackel zu nah an der dicke platziert haben die ganze mut abgefackelt hat sich das ist eine verpflichtung warum ich das verpasst da war es doch mit drei oder der bereich noch das war mit laus zusammen oder platziere ich jetzt das lagerfeuer am besten packen wir es hierhin ich glaube das war mit laus zusammen dass das ist das haus abgefertigt habe du kannst du erst dann später vorbei ich habe noch zwei ich habe noch zwei scheife also steaks sehr schön das habe ich auch mal spezial ist kaputt das macht ihr neuer ich bin schon dabei im stück stock heißt der hier bei mir stock und die rund stein wieder rein und ich bin in der mitte falls man mich braucht viel spaß und wo ist nichts wer da unten beleuchtet gegen meinen bilden ist vielleicht meine mine reingelaufen kann das sein ich habe eine einzelne fackel unten reingesetzt ach so ja ich glaube hier brauche ich mal den raum aus als lager pass auf das nicht bei mir rein stößt ich habe auch noch ganz in deiner nähe mit dem haus das könnte sein das war früher oder später aufeinander stoßen im zweifel verbinden wir halt bin immer noch zu doof eine fackel zu bauen sowie groß machen wir das lagert gehen wir einfach mal auf richtig groß so finde ich doch alles und das ist gut ok so hier und so hier hatte ja das recht erst mal ich kann ja noch ausbauen ich habe jetzt 52 fackeln das müsste erstmal reichen nein fackeln gibt es nicht genug mal fürs erste dann gehen wir jetzt auch gleich vorbei online kies ich habe eisen endlich lohnt sich das mal hier zu graben 46 holy shit so weit oben hoch stehen eisenherz sehr schön eisenherz und da meinet eisenherz Untertitelung des ZDF, 2020